Rav Kamora und Nazar. So lernten sie sich kennen. 2001 Nachdem der 17-jährige Adalan sein Lebensunterhalt nun schon seit einiger Zeit durch kleinkriminelle Aktivitäten finanzierte, wurde ihm über die Jahre immer klarer, dass er davon allmählich Abstand nehmen wollte. Im Gegensatz zu vielen anderen Dealern hatte er sich nämlich für die Substanzen, die er verkaufte, nie so wirklich begeistern können. Gleichzeitig stand bereits die nächste Beinverlängerung vor der Tür, die mal wieder mit einem längeren Krankenhausaufenthalt einherging. Sofern es der Schmerz zuließ, war das aber eine gute Möglichkeit, einmal ausgiebig über seine Zukunft nachzudenken. Wie es der Zufall wollte, fragte dann eines Tages sein bester Kumpel. Sag mal, hörst du eigentlich Deutschrap? Nicht wirklich, das ist nicht so meins, antwortete Adalan, während er an Songs wie Dida von den Fantastischen Vier denken musste. Okay, aber hast du schon mal was von Azad gehört? Nee, wer ist das? Erkundigte er sich. Sein Freund spielte ihm direkt ein paar Songs vor und Adalan war gefesselt. Da war jemand, der ursprünglich auch aus dem Iran kam, ebenfalls ein Straßenjunge war und wirklich coole Musik machte. Und das auch noch auf Deutsch. Wow, das wollte er auch. Kaum war sein Kollege verschwunden, nutzte Adalan die Gelegenheit und verfasste seine ersten Textzeilen im Krankenhausbett. Während er die Zeit früher zum Gameboy-Spielen genutzt oder sich selbst für sein Schicksal bemitleidet hatte, gab es nun etwas, das ihm trotz seiner Bettligerigkeit sehr viel Freude bereitete. Ich merkte schnell, dass ich da auf etwas gestoßen war, das mich mehr interessierte als alles andere, was ich bis dahin versucht hatte. Als er kurze Zeit später aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war die Begeisterung längst noch nicht abgeklungen. Im Gegenteil. Zusammen mit seinem besten Kumpel produzierte er jetzt erste gemeinsame Songs, von denen auch eine Auswahl auf MySpace landete. Überraschenderweise kam die bei vielen Leuten schon gut an, sodass sich teilweise sogar deutsche Plattenlabels bei ihnen meldeten. 2006 Unter den hinzugewonnenen Fans befand sich nach einer Weile auch eine Wiener Rap-Crew, die sich SFU nannte. Besonders der Produzent der Truppe hatte Gefallen an Nazars Musik gefunden, sodass er ihm kurzerhand anbot, der SFU-Crew beizutreten. Nazar fand das super, denn Connections hatte er im Rap-Game bisher keine. Zu der SFU-Crew gehörte zu der Zeit ebenfalls der weitaus erfahrenere Rapper Raph Camora, damals noch unter dem Pseudonym Raph O'Mike aktiv. Die beiden verstanden sich auf Anhieb sehr gut, sodass Nazar schnell von Raphs Erfahrung und Skills profitieren konnte. Raph erklärte mir, wie man richtig Texte schreibt, wie man besser werden kann, was es für Tricks und Methoden gibt. Irgendwann erwähnte Raph, dass er vorhabe, auf seiner geplanten Skandal-EP einen Track mit den aufstrebendsten Wiener Rappern zu veröffentlichen. Nazar würde wunderbar hineinpassen und deshalb fragte er ihn, ob er nicht ein Part dazu beisteuern wollte. Der fühlte sich natürlich geehrt, sagte sofort zu und gab sein Bestes. Vienna Allstars verschaffte Nazar zum ersten Mal große Aufmerksamkeit und bestärkte ihn in seinem Vorhaben, ein erfolgreicher Rapper werden zu wollen. Ich werde im Hip-Hop alles zerficken, was es bis jetzt gibt, teilte er seinen Freunden daraufhin mit. Na klar, klingt cool, Adalan. Mach nur. Mann, Jungs, wenn ich etwas mache, was mir wirklich wichtig ist, dann werde ich der Beste in dem, was ich tue. Kapiert? Dass seine Kumpels nicht an ihn glaubten, war ihm egal. Denn Nazar war sich sicher, dass seine Kriminalität der Vergangenheit angehörte und dass er jetzt wusste, was er mit seinem Leben anfangen wollte. Doch ausgerechnet seine verblassene Neigung zu Gesetzesverstößen, drohte nun die Veröffentlichung seines ersten Albums zu gefährden. Würde ihn seine Vergangenheit jetzt wirklich einholen und seine guten Vorsätze zunichte machen? Das war eine Anekdote aus der Biografie von Nazar. Wenn du weitere Anekdoten aus Nazars Lebensgeschichte hören möchtest, schau dir doch die nächsten Videos an. Die Links dazu findest du hier oder in der Videobeschreibung. Falls dir die Format-Idee gefällt, dann klicke doch auf den Daumen. Und falls du die Videos über Nazar oder über weitere Persönlichkeiten nicht verpassen möchtest, hinterlasse doch ein Abo. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf